Wow! Das ist er! Der erste schwarze Öl-Radiator von Rotel. Mit 9 Heizelementen. Für mich ist das pure Männlichkeit. Und er ist stufenlos regulierbar. Und er heizt bis zu einer Raumgrösse von 20 Quadratmetern. Heiss! Er heizt mich auf. Aber es gibt ja noch eine Stufe 2. Es wird noch heisser. Und er hat noch eine dritte Stufe. Es ist mega heiss. Wenn nicht das Teil funktioniert. Rotel! Yay! Hat jemand Wasser? Nein, das geht nicht. Übrigens haben sie 3 Jahre Garantie. Fertig. 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 Fertig.